Guten Morgen, Philipp, ich möchte mich bei dir bedanken. Einmal für den Megakurs, den du da rausgehauen hast und den ich mir natürlich gegönnt habe, bin ich sehr, sehr stolz drauf. Und warum? Warum macht mich das so happy? Dazu ganz kurz zwei Sätze. Und zwar war mir das von vornherein wichtig, dass in einem guten Coaching immer auf das Mindset eingegangen wird. Denn für mich sind 80 Prozent des Erfolges spielen immer hier oben im Kopf statt. Da gehst du maßgeschneidert drauf ein, da bin ich dir sehr, sehr dankbar. Weil so ein Wissen ist meiner Meinung nach nicht mit Geld zu bezahlen. Und du zeigst es halt, wie ich mir ein Mindset aneignen kann, wie ein erfolgreicher Agenturunternehmer denkt und handelt. Und allein das ist schon brutal, was du da an Content rauslieferst. Sehr, sehr cool. Der zweite Teil ist natürlich der Praxisteil. Die einzelnen Module, die aufeinander aufbauen, sehr, sehr übersichtlich, sehr einfach zu verstehen, dass wirklich jemand, der bei Null anfängt, innerhalb kürzester Zeit wirklich erfolgreich sich ein Agenturgeschäft aufbauen kann. Und genau, dieses Feedback wollte ich gerne mit dir teilen, weil ich einfach mega happy bin, die Entscheidung damals getroffen zu haben, das Coaching zu machen. und genau, bin dir sehr, sehr dankbar dafür, Philipp. Alles Gute wünsche ich dir. Wir sehen uns.